Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Poi. Ich muss da jetzt irgendwie runter. Ich habe keine Ahnung wie... Aha. Ja. Warum nicht? Ich warte mal eben. Ich glaube, hier stehe ich sicher, oder? Okay, sehr schön. Ich hoffe, ich kriege jetzt den auch. Das ist doch ein schöner Start in den Part. Kristallklettern haben wir geschafft. Das ging ganz gut. Zum Glück. Ich bin gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Oh Gott. Wir gehen mal wieder hinein. Weil die Kristallhülle würde ich ja natürlich auch gerne vollständig kriegen. Auf jeden Fall mit den Milderjons. Ach so, Schande. Boah, was ist das? Das sieht sehr interessant aus. Genau. Beim letzten Mal hatten wir ja, ähm, ja, den Ausbildungsplatz, wo wir auf Zeit des Milderjons holen mussten. Und dann waren wir ja schon beim Kristallklettern. Das ging eigentlich ganz gut, das Kristallklettern. Und jetzt haben wir einen Notfall. Einer unserer Jungs ist in die Grube gefallen und auch einer von den anderen Ghoulis. Oh nein. Jemand muss dort rein und ihn rausholen. Ja, muss ich natürlich machen. Klar. Bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Aber wo ist die Grube? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Ja, auf Zeit wollen wir ja nicht nochmal, ne? Ah, Mann. Ah, Mann. Ach so, meinen die da rein? Ach nee, das ist das andere. Hä? Aber was meinen die? Da ist ja gar nicht so viel. Hä? Wo soll ich denn hin? Ich kletter mal eben hier hoch. Oh, ich habe gerade irgendwie nicht aufgepasst, wo der Ort jetzt war. Ist der hier irgendwo? Nee. Ich glaube, ich muss hier wieder hoch. Na, hier komme ich nicht durch. Hä? Wo bin ich denn hier reingekommen? Ach, hier. Aber wo war das denn jetzt? Nein, lass mich. Ich gucke nochmal eben. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Obwohl, muss ich da auch wieder rüber? Nein. Hm. Oh, ich bin so wild rumgesprungen jetzt, ja. Mein Fehler. Nie, komm. Ja, aber wo ist die Grube? Ich habe gerade kein Beschimmer. Nie. Auf mich zu beschießen. Oh, lass mich in Ruhe. Oh. Ja. Jetzt bin ich hier. Wo ist ich da rüber? Ich weiß jetzt nicht, wo ich genau hin muss. Ich bin viel zu hektisch. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Ich bin viel zu hektisch. Nein, lass mich. Nicht beschießen. Nicht beschießen, bitte. Das möchte ich nicht. Ich werde nicht so gerne beschossen. So, gucken wir mal. Wir klettern mal hoch. Wahrscheinlich muss ich da wirklich rüber. Oh, nein. Da habe ich ja wieder den Schalter vergessen. Ach, warum ist er denn hier einfach aktiviert? muss ich dann noch mal aktivieren ich weiß gar nicht ob ich da hin muss ich habe keine ahnung ob ich da hin muss ich wir schauen einfach mal ich bin mir gerade nicht so sicher wo ich genau hin muss das ist mal wieder mal meine gute orientierung nein ich will nicht mit dir reden oder ist ein fossil sehe ich gerade lauf 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 doch rutsch doch nicht immer nein einfach hoch springen mädel hilfe ich wollte auch nur dahin da ein weiteres fossil was ist das riesiger stoßzahn ein riesiger stoßzahn ich rufe jetzt einfach mal eben elegant hier lang das bringt mir gar nichts kann ich nur das hier wollen die glühbirne aber ganz ehrlich wo ist denn die grube ist das die da ist das doch die heim hier jetzt umsonst ich gucke mal ob das die hier ist okay ist sie doch nicht ach da hinten ich sehe ich sehe sie ich springe einfach mal runter jolo ich will nicht da oben starten komm ich da oben da hin dann hätte ich ja gar nicht so weit laufen müssen aha ach man die meinen bestimmt hier ne ja bin ich richtig jetzt wie weit geht das denn rein zu schande hier sind so kristalle das sieht aber cool aus das gefällt mir gut was mach ich damit ach da verlaufe ich mich doch bei das könnt ihr doch nicht mit mir machen hallo ich glaube ich bin nicht alleine ich verlaufe mich bestimmt ich habe keine ahnung oh ein zahnrad das ist schon mal gut äh ja er freut mich war ich hier schon mal ich habe keine ahnung was könnt ihr nicht mit mir machen ich habe keine ahnung und wonach suche ich jetzt hier genau ach das wenguli das ist ein schalter vielleicht finde ich ja noch mehr zahnräder hier egal ähm wir betätigen jetzt den schalter erstmal hallo was wird das ich ahne böses ein boss und es ist mein lieblingsgegner hast du das gemacht jungchen ich bin immer noch ein mädchen na dann werde ich dir wohl die lichte ausblasen ey oha der droht mir voll Mike der maulwurf was muss ich denn machen ok ich kann ihn so nicht treffen wie denn sonst ich kann ihn nicht treffen ich denke wahrscheinlich wieder viel zu viel um die ecke ach ich hätte die ja ich weiß schon ich glaube ich hätte die steine nehmen sollen ne warte mal ich guck mal hier ah ok alles klar ich soll die wohl zurücktreten die steine ok oh oh ich muss da weg dann trete die mal hier hin oh man ich muss die gerade treten wie mache ich das bleib einfach hier stehen dann werden wir nicht getroffen aber ist das jetzt wirklich der boss anscheinend ne Mike Mike der maulwurf unser endboss sehr schön einmal getroffen aua das ist schlau ich will nicht getroffen werden bleib mal hier stehen das war glaube ich ganz gut denke ich mal ich habe auch wieder vier Herzen das ist nice Mist ja das war von mir jetzt doof ich habe den weggetreten nach hinten ja komm bettel dich mit mir Mike Mike keiner legt sich mit mir an denn ich bin Inori LP ups ach man wir sind immer viel zu weit weg ich verstecke mich wieder hier wir kriegen das noch hin ja ach man das schießen ist ein bisschen blöd gemacht man muss dann echt aufpassen dass man das nicht wie ich jetzt gerade nach links und nach rechts schießt sondern wirklich geradeaus das ist gar nicht so einfach aber wir brauchen hier nur noch zweimal treffen auf jeden Fall wissen wir schon mal wie wir ihn kriegen können man ich will da nicht hin zielen ich wollte gar nicht nach rechts wir müssen ihn noch zweimal treffen aber ich kriege es irgendwie nicht hin oh ich kann gar nicht so weit schießen von da aus vielleicht ja das hat gesessen einmal noch oh da wurden wir getroffen ja wir haben ihn getroffen das ist gut hallo das sind Ghoulis zwei verschiedenen farbige ich wurde fast zerquetscht dieser Typ hat mir aber den Arsch gerettet danke dass du uns gerettet hast du kannst dieses glänzende Ding haben das wir hier unten gefunden haben oh ein Medaillon ja natürlich sehr schön ja wir haben Mike gebesiegt den bösen Mike uhu sehr schön cool Medaillon eingesammelt die Grube aber ich glaube bei der Grube da können wir bestimmt auch noch was einsammeln weil das war so verschnörkelt und wir haben da ja auch ein Zahnrad gefunden ja wir haben es geschafft ich finde die das Kostüm voll cool die Augen sehen voll schön aus irgendwie sind das gar keine blauen Augen weiß ich nicht ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben wie ihr diesen Endboss hier fandet von der Welt den Mike ich fand ihn eigentlich ganz cool haben wir eigentlich gut hinbekommen kann man schon sagen ich bin gespannt was uns in der nächsten Folge erwartet ich hoffe ihr seid wieder mit dabei ich würde mich sehr freuen bis dann eure E-N-O-R-E-R-B